Aufgrund der gerade laufenden E-Mail-Aktion an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Belzing, haben sich einige der typischen Kritiker dieses Kanals gemeldet und sich etwas bewundert gezeigt, denn sie sagten, wie kann es möglich sein, dass konservative oder rechtgläubige Katholiken eigentlich jetzt an die Bischöfe schreiben, wo sie doch im Grunde genommen für die hierarchische Struktur, für die hierarchische Verfassung der Kirche eintreten. Das heißt, sie sollten im Grunde genommen die ganze Leitung der Kirche den Hürden überlassen und sie sollten sich eben dann nicht einmischen, indem sie dann E-Mails oder Postkarten oder irgendwie Briefe an die Bischöfe schicken. Das ist natürlich ein falsches Verständnis von Hierarchie, denn die Hierarchie bedeutet ja nicht, dass die Menschen, die unten sind, überhaupt nichts zu sagen haben, nichts zu melden. Ganz im Gegenteil, sie haben sogar die Pflicht, das zu tun, wenn der Glaube, die guten Sitten etc. in Gefahr sind. Und das sagt auch das Kirchenrecht. Ich werde das hier vorlesen, denn manche von Ihnen könnten vielleicht von solchen Stellungnahmen, von solchen Stimmen der Kritiker verunsichert werden, an dieser E-Mail-Aktion an Bischof Dr. Georg Belzing teilzunehmen. Aber sie haben das völlige Recht und nicht nur das, sie haben sogar die Ermunterung der Kirche, das zu tun. Denn es geht ja um die Bewahrung des Glaubens, die Bewahrung der guten Sitten, der Verteidigung des Lehramtes etc. Da müssen die Laien auch etwas dafür tun, das gehört ja eigentlich zum allgemeinen Apostolat der Kirche. Also wie gesagt, ich werde hier aus dem Kirchenrecht vorlesen, das ist Kanon 212. In der Ausgabe von Butzen und Berger ist das auf der Seite 87, das ist Kanon 212, Paragraf 2. Und zwar, den Gläubigen ist es unbenommen, ihre Anliegen, insbesondere die Geistlichen, und ihre Wünsche, den Hürden der Kirche zu eröffnen. Also das ist überhaupt kein Problem. Man kann problemlos an den Hürden schreiben, sie anrufen, Faxe schicken, was auch immer. Das ist völlig selbstverständlich. Jeder normale Katholik weiß, dass das so ist, aber dadurch, dass die Kritiker, diejenigen, die die Kirche ja gerade demokratisieren wollen, die ärgern sich, wenn die Konservativen sich dann plötzlich an die Bischöfe melden und sagen, ihr dürft das nicht tun. Das ist natürlich völliger Quatsch, aber es ist trotzdem klar, dass man weiß, dass man das durchaus tun kann und soll, und sogar manchmal die Pflicht hat. Und diese Pflicht wird auch im dritten Absatz von Kanon 212 erläutert. Und zwar, entsprechend ihrem Wissen, ihrer Zuständigkeit und ihrer hervorragenden Stellung haben sie, die Laien, das Recht und bisweilen sogar die Pflicht, ihre Meinung in dem, was das Wohl der Kirche angeht, den geistlichen Hürden mitzuteilen und sie unter Wahrung der Unversehrheit des Glaubens, das ist wichtig, Unversehrheit des Glaubens und der Sitten und der Ehrfeucht gegenüber den Hürden, das ist natürlich wichtig, man muss höflich bleiben, ja, und unter Beachtung des allgemeinen Nutzens und der Würde der Personen den übrigen Gläubigen kundzutun. Und das ist genau, was wir machen. Also wir sind der Auffassung, dass diese Preisverleihung ein Fehler war. Ja, und zwar, weil ganz klar, das Signal ist miserabel, ist katastrophal, das Signal dieser Preisverleihung ist, im Grunde um diese ganzen Lebensweisen sind im Grunde um alle in Ordnung, sind ganz klar im Einklang mit der katholischen Kirche. Und das ist nicht der Fall. Das ist auch, was hier in dem Kirchenrecht steht, das steht auch im Katechismus. Und dieser Eindruck ist aber entstanden. Und da haben wir das volle Recht und sogar die Pflicht, uns an unsere Hürden zu wenden. In dem Falle, ich habe Sie eingeladen, an Bischof Dr. Betzing zu schreiben. Aber Sie können natürlich auch andere Bischöfe anschreiben. Sie können Ihren Ortsbischof anschreiben. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist unbenommen, wie gesagt, Sie haben sogar die Pflicht dazu. Ja, gerade in dieser Zeit, in der wir leben, ist es wichtig, dass gerade die rechtläubigen Katholiken, die Konservativen etc., diejenigen, die nicht Agitation betreiben gegen das Lehramt und den Glauben, es gibt ja leider wirklich sehr viele, oder es ist nicht so viel, aber Sie haben zumindest sehr viel Ausstärke, ist es wichtig, dass wir unsere Stimme für die Kirche erheben. Vielen Dank.